Zehnter Tag der Tour. Ich bin jetzt gerade kurz vor acht am Zellplatz gestartet. Der hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen. Der war ordentlich sauber, günstig, nette Leute. Also ja, es gab eigentlich nichts auszusetzen an dem Campyplatz oder an dem Zellplatz. Und ja, das ist, wenn ihr am Sportplatz vorbeigefahren seid. Nicht der erste Zellplatz, sondern ihr müsst da noch mal rechts abbiegen und dann kommt ihr ungefähr nach 100 Metern. Also wie gesagt, kann ich wirklich sehr empfehlen. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Rostock. Das sind jetzt vielleicht noch, ja, ich schätze mal so 30, maximal 40 Kilometer. Und danach geht es weiter Richtung Kopenhagen. Ist auch klar. Gestern Abend hat es noch geregnet. Teilweise richtig stark. Ja, ungefähr bis Mitternacht hat es irgendwann aufgehört. Und ja, momentan ist es trocken. Eben kam sogar kurz die Sonne raus. Wir haben ein angenehmer 19,3 Grad. Also jetzt hoffe ich mal, dass es so bleibt. Also den Schildern nach gibt es diesen Radweg schon richtig lange. Da kann man ja gar nichts mehr drauf erkennen. Ich komme jetzt gerade nach Schwan. Eben war ein Schild. Rostock noch knapp 18 Kilometer. Also, so weit ist es doch gar nicht mehr. Eine Stunde ungefähr bin ich dort. Ich werde mir jetzt vorher noch mal einen Supermarkt suchen. Zumindest bevor ich auf die Fähre gehe. Und werde mich noch mal mit Sachen versorgen. Proviant für heute und vielleicht noch mal eine Flasche Wein für heute Abend. Hier in Schwan gibt es noch einen Edeka und einen Aldi. Da gehe ich jetzt noch mal rein. Ostau kommt immer näher. Nach zehn Kilometern. Ich bin in Rostock. Juhu! 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin in Rostock an der Ostsee. Jetzt muss ich zum Überseehafen. Dort gibt es die Fähre in Richtung Kopenhagen nach Dänemark rüber. Wenn man von Rostock zum Überseehafen will, dann fährt man komplett aus der Stadt raus und nochmal richtig hier übers Land. Also das ist ungefähr 10 Kilometer entfernt. Nach den Fährzeiten habe ich noch gar nicht geschaut. Ich habe nur mal gehört, dass dort regelmäßig Schiffe fahren. Insofern fahre ich einfach mal hin und dann sehe ich es. Vielleicht muss ich etwas warten. Aber das ist dann nicht weiter schlimm. So, am Hafen bin ich angekommen. Jetzt muss ich nur noch die richtige Fähre erwischen. Nicht, dass ich nach Helsinki fahre. Jetzt schaue ich zur Sicherheit nochmal nach, wie das Örtchen heißt, wo ich da in Dänemark ankommen soll. So, ich muss in Dänemark nach Getzer. Das habe ich eben schon mal gelesen. Mal gucken, wo es da lang geht. So, hier ist eben so ein Fährcenter gewesen. Da habe ich mir ein Ticket gekauft. Kostet 19 Euro. Ja, ein Mann, ein Fahrrad, einmal Hinfahrt. Kann man nicht sagen. Ist okay. So, ich habe noch ein bisschen Zeit. Die Fähre geht um 13 Uhr. Wir haben jetzt 5 nach 11 oder sowas. Ja, ich suche mir jetzt irgendwo hier am Bett. Dann werde ich erstmal ein bisschen frühstücken oder Mittagessen oder was auch immer. Ja, ich suche mir. Ja, ich suche mir. Ja, ich suche mir. In die Spur 4 soll ich. Da werden bestimmt schon andere Fahrer stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Spur 4 soll ich. 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 Die Spur 5 soll ich. Die Spur 4 soll ich. Die Spur 4 soll ich. Die Spur 5 soll ich. es hat zu tröpfeln angefangen noch nicht allzu stark also noch lohnt es nicht die regenklamotten anzuziehen ich hoffe das so bleibt der radweg verläuft jetzt hier gerade direkt hinter den dünen jetzt will ich ja mal kurz vor zum strand schauen sehr schön es gefällt mir so 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 es hat ja doch leicht angefangen zu regnen hier habe ich die Regenlacker angezogen. Eine Ringhose aber nicht. Ging ganz gut so. So, ich bin jetzt hier in Stube Koping, heißt es. Habe mir eben erst mal Geld geholt. Dänische Kronen. Ja, und jetzt gehe ich hier auf den Campingplatz. Wir haben 1.45 Uhr. Ich bin jetzt auch bei genau 101 Kilometer. Also, es reicht. So, laut Google ist der Campingplatz relativ einfach zu finden. Immer nur geradeaus. Mal gucken, ob das stimmt. So, ich habe ihn gefunden, aber da ist wieder niemand da. Da steht er. Okay. Also, da muss man wohl jemanden anrufen. Dann werde ich das mal machen. So, ich habe jemanden erreicht. Es hat funktioniert. Der war dann auch gleich da. Und ja, ich werde das hier mein Zelt aufbauen. Der Regen hat auch aufgehört. Das passt. Da gibt es sogar noch einen Tisch und ein paar Stühle. Ja, ich glaube, dass das hier gerade nicht vermietet. Da werde ich das sicherlich benutzen können. Ja, das passt. Das waren heute 102 Kilometer. Also, recht ordentlich. Morgen geht es weiter. Ja, ich sehe gerade. Komoot hat mich heute ganz schön um den Weg geschossen. Also, der Radweg, der hätte hier verlaufen sollen. Oder er verläuft hier. Und ich bin hier mehr oder weniger ziemlich direkt gefahren. Dann hier sehr quer rüber. Aber gut, bei diesem, ja, nicht so super Wetter ist es auch ganz okay so. Kann ich mitleben. Ja, diese Ferienwohnung wurde dann doch vermietet. Ja, wobei, Ferienwohnung kann man vielleicht nicht sagen. Diese Schlafgelegenheit wurde vermietet an vier Tschechen. Ja, die sind ganz nett. Aber ich habe natürlich dann meinen Essensplatz geräumt. Habe von meinem Zelt fertig gegessen. Und jetzt laufe ich hier etwas am Ufer entlang. Dann schauen wir die Ostsee an. Die ganz ruhig da. Ohne Wellengang, ohne Brandung. Ja, richtig ruhig. Morgen geht es weiter. Weiter Richtung Kopenhagen. Und ich hoffe, diesmal auf dem offiziellen Radweg. Ich werde morgen ein bisschen Acht geben. Ja, und ich hoffe, das Wetter wird morgen auch besser und kein Regen mehr. Aber schauen wir mal. Also, bis dann. Bis dann, bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Bis dann.